Hallo und herzlich willkommen zu einem, zu dem letzten Video, was ich auf YouTube jetzt mache. Und zwar, wie ihr gerade schon nichts gehört habt, das letzte Video zwar im Jahr 2017 und auch das letzte Video überhaupt. Und zwar ist es nämlich so, dass ich einfach keine Lust mehr auf YouTube habe. Ich habe auch schon gesehen, zwei Leute trauern schon so gesehen und finden es echt schade. Ich kann euch aber beruhigen, bei Fragen stehe ich trotzdem offen. Also, ihr könnt mir auch YouTube hier entschreiben oder so. Ist egal. Kommentare und so lesen. Beantworten. Es sind nur noch ein paar Videos online. Und zwar die Tutorials, dann die bekanntesten Videos. Also die zwei, die schon über 1000 Aufrufe haben. Und halt Bus mit Fahrten. Zum Beispiel mit dem GN03, den es ja leider nicht mehr gibt. Und ja, ich wollte mich einfach nochmal von euch verabschieden. Deswegen sind auch so viele Videos. Also die existieren noch, sind halt nur offline. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Aber ich bleibe übrigens noch auf Instagram, bleibe ich aktiv. Sprich, ihr könnt mir auch da folgen. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link unten in die Videobeschreibung. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. Macht's gut. waiver zu sehen. Und wie geht, ne? ALSOõNENE ging bitte. 快! Ich bin gleich. Pille. Bis zum nächsten Mal.